Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder mit einer Wochenlegung für euch. Und zwar die Legung für die Woche vom 27.03.2023. Ich habe dafür folgende Decks verwendet. Mein eigenes Kartendeck über die hermetischen Gesetze. Dann die Seelenmedizin von Lisa Bieritz. Die Engel und Ahnen Orakelkarten von Kyle Gray. Und für eine zusätzliche Impulskarte die Gegenwart der Meister von Jan Ruland und Murat Karadzschai. Dann schauen wir mal, was sind die Themen diese Woche generell? Was ist für dich bezüglich dieser Themen wichtig? Wo wird es hinführen? Die Themen diese Woche, die Ganzheit. Diese Woche ist es wichtig, alles aus den Augen der Ganzheit zu betrachten. Dich selbst, die Natur und deine Eingebundenheit in diese ganzen Mechanismen, in dieses ganze System, in dieses Universale. Du bist ein Teil dieser Ganzheit. Gleichzeitig hast du diese Ganzheit vollständig in dir. Und darum geht es diese Woche, das ins Bewusstsein zu rufen. Die Lady genieße das Wachstum und ernte Belohnungen. Ja, genieße das Wachstum. Auch hier haben wir die Ganzheit drin in den Zyklen der Natur. Die Lady hat einen Apfel geerntet, ist auch eine Naturlady, das sieht man schon. Und sie erntet die Früchte dessen, was irgendwann ausgesät wurde. Auch das gehört zur Ganzheit dazu, dass immer, wenn etwas ausgesät wird, sei es durch einen Gedanken oder durch einen realen materiellen Samen, wie der eines Baumes, dann wird irgendwann die Ernte eingefahren werden können. Und darum geht es diese Woche, dir dieses Wachstums bewusst zu sein und es zu genießen und das in der Ganzheit. Dazu kannst du nochmal schauen, welche Visionen hast du, wo möchtest du hin, welche Visionen möchtest du zur Heilung der Welt rausschicken. Auch das gehört zur Ganzheit dazu, auch das gehört zur Naturangebundenheit dazu. Wir können Visionen für uns selbst haben, für unser persönliches Wachstum, was sowieso in die Ganzheit rein spielt und in das ganze System. Wir können aber auch Visionen haben für die Ganzheit von allem, für die Menschheitsfamilie, der wir angehören. Was ist für dich diesbezüglich wichtig? Die Heilung. Nimm dir diese Woche Zeit für dich, nimm dir Ruhe für dich, geh in die Heilung. So vieles möchte noch geheilt werden. Wir haben einige sehr auffühlende Wochen hinter uns und jetzt ist es Zeit, in die Ruhe zu gehen und sich zuzugestehen, dass nach dem Regen auch die Sonne wiederkommt und dass wir heilen dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn Verletzung und Heilung gehören zur Ganzheit dazu. Heilung kann stattfinden in der Natur und wenn wir die Regeln und die Rhythmen der Natur anerkennen. Das ist für dich diese Woche wichtig. Der Pfeil. Umgib dich mit Schutzenergie. Nutze dazu deine Möglichkeiten. Erstens mal, was ich eben sagte, geh in die Ruhe, nimm dir Zeit für deine Heilung und schütze dich aber auch. Nimm dir deinen eigenen Raum, den du brauchst. Das steht dir zu und da solltest du diese Woche eine ganz besondere Beachtung drauf legen. Und die Ahnen. Ja, zur Heilung ist vielleicht auch sinnvoll, nochmal die Ahnen anzuschauen. Wen gibt es, wo du von lernen kannst, wie du heilen kannst, wie du dich schützen kannst, wie du dich mit Mutter Erde verbinden kannst und ernten kannst, wie du dich als Teil der Ganzheit empfinden kannst und wen gibt es, der eher destruktive Muster in die Ahnenreihe geschickt hat, was du jetzt auflösen kannst, um zu heilen. Ganz wichtig. Wo wird es dann hinführen? Ja, die Natur. Du wirst die Natur wieder bewusster wahrnehmen. Du wirst dich mit der Natur bewusster verbinden können und ganz klar sehen können, dass du ein Teil dieser Ganzheit bist und ganz klar sehen können, dass du auch ernten darfst. Der Winter. Kümmere dich um deine Bedürfnisse. Hier haben wir es auch nochmal. Es wird dazu führen, wenn du dich bewusst um Heilung kümmerst, kümmerst du dich natürlich auch bewusst um deine Bedürfnisse. Nimm dir Zeit. Nimm dir Ruhe. Tu Dinge, die dir gut tun. Mach mal ein wenig Fasten von den digitalen Medien und triff dich nur mit lieben Menschen, wenn dir danach ist. Ansonsten geh raus, geh in den Wald, geh in die Natur und schau, dass du außerhalb von deiner Arbeit, deiner Energie wirklich für deine Heilung, für deine Bedürfnisse, um dich mit der Natur zu verbinden, auch nutzen kannst. Und das wird dich begeistern. Du wirst es wieder wahrnehmen, wie wertvoll und wichtig es ist, sich um sich selbst zu kümmern, sich den eigenen Schutzraum zu geben, sich mit der Natur zu verbinden. Ja, und in die Heilung zu kommen dadurch. Also meines Erachtens eine wichtige Legung, weil ich sehr, sehr viele Menschen in den letzten Wochen in der Praxis und im Umfeld hatte, die doch viel erlebt haben und die der Heilung bedürfen. Da kann ich wirklich nur nochmal appellieren. Kümmere dich um dich selbst. Du darfst es. Du hast das Recht dazu. Das sollte ganz oben auf der Liste stehen. Dann schauen wir mal, welche Meisterkarte dazu noch dich unterstützen kann. Kuan Yin. Gnade, Barmherzigkeit. Die Gnade des Göttlichen ist dir gewiss. Kuan Yin sendet dir den heiligen, den heilenden, ja, ist auch heilig, den heilenden goldenen Nektar, der wahren Essenz deines Seins, mit dem du jedes Ungleichgewicht in deinem Leben ausbalancieren kannst. Vergib, verzeihe und segne. Auch das gehört zur Heilung ja dazu. Vergeben im Sinne von deine eigenen Gedanken zu heilen, im Sinne von dich in dein Gleichgewicht zu bringen, nicht etwas Böses schönzureden oder eine Entschuldigung zu finden für etwas, wo es keine gibt. Oder auch dieses Missverständnis der oder einiger spiritueller Menschen, alles sei nur Licht. Nein, wir leben hier in der Polarität mit Licht und Schatten. Bei der Vergebung geht es darum, diesen Schatten bewusst zu sehen, zu integrieren und dann vergeben, um mit der eigenen Seele im Lichtteil zu leuchten. Vergib, verzeihe und segne. Ja, eine ganz schöne Legung. Ich hoffe, dir hat die Legung gefallen. Ich freue mich über einen Kommentar oder über einen Like. Und ich wünsche dir eine friedvolle und freudvolle Woche.